Jetzt wird es ja eine runde Stampe, eine zweite Runde. Wie schade das nur, hier bei uns gerade zu kommen. Und vorne, mit einem super Start, setzt sich hier ein Fahrer raus. Das ist die Stampe 6-0-1. Gerade Gegenfälle, denn eigentlich der Platz steht hier vorne aus der Rundschaft. Die Stampe 6-0-1. Die Stampe 6-0-1. Die Stampe 6-0-1. Die Stampe 6-0-1. Und jetzt schauen wir mal, ob sich hier an der 2. und 3. Position noch etwas locker hält. Vor allem das Spiel vor, was du so ganz locker weg bist. Wir haben jetzt wieder der 283 Crash-Deal. 84 Tökel. Trifft die Warte. Wir haben jetzt ein neuer Dritter. Wir haben jetzt eine Aula mit der 161. Das ist ein ganz super Mark.